Ich höre auf mit YouTube-Videos. Also zumindest wie ich Videos bis jetzt gemacht habe. Also wenn ihr mal durch meinen Channel ein bisschen scrollt, dann werdet ihr unterschiedliche Formate sehen, unterschiedliche Themen sehen und das wird jetzt ein Ende haben. So, erster Tag zurück im Office nach dem Urlaub. Eigentlich wollte ich dieses Video im Urlaub drehen, aber irgendwie hat das nicht so gut funktioniert. Das Einzige, was ich bekommen habe, ist, dass meine Kamera einmal runtergefallen ist. Aber bis auf eine kleine Delle hat es die Kamera echt gut überstanden. Hier, das Buch hatte ich mit im Urlaub. Steal like an Artist. Also für alle von euch, die irgendetwas Kreatives machen, also sei es Videos oder irgendwie malen oder irgendwas, das ist ein Must-Read. Das ist echt ein richtig geiles Buch, das habe ich im Urlaub durchgelesen. Richtig gut. Ich glaube, ich werde noch ein separates Video nur zu diesem Buch machen oder zu dem Thema aus diesem Buch werde ich, glaube ich, ein Video machen, aber das dann in den nächsten Wochen. Und bevor ich euch erzähle, warum ich mit meinen YouTube-Views aufhöre beziehungsweise aufhöre, sie so zu machen wie bisher, muss ich jetzt mal ein bisschen arbeiten, weil, ja, wenn meine Woche nicht da ist, dann staunen sich so ein paar Sachen manchmal an. Ich habe gerade eine E-Mail von YouTube bekommen, beziehungsweise die gibt man, glaube ich, jeden Monat. Wo drin ist, steht, dass ich 21 Neuabonnenten in dem letzten Monat, also im August, erhalten habe auf meinem Kanal und 4.800 Aufrufe und über, oder fast 9.000 Minuten Wiedergabezeit. Und, ja, also diese Zahlen klingen für manche super viel vielleicht, ja, für Leute, die vielleicht gerade am Anfang ihrer YouTube-Reise stehen und für manche, die schon viel weiter sind als ich, und da gibt es auch sehr viele von, ja, für die klingt das vielleicht nach sehr wenig, ja, aber ich bin jetzt insgesamt bei 703 Abonnenten aktuell und das finde ich gut, ja, also ich finde das klasse, wenn ich bedenke, dass ich Anfang des Jahres, also ich glaube im Dezember 2023 war ich, glaube ich, so bei 500 Abonnenten und jetzt habe ich die 700 geknackt, also 200 Abonnenten in 8, 9 Monaten. Wie gesagt, auch das klingt für manche einen total wenig, ja, weil die da vielleicht viel schneller wachsen. Aber ich glaube, ich kann trotzdem ganz zufrieden sein, ja. Natürlich wünsche ich mir auch, dass es schneller, immer schneller vorangeht, dass man immer schneller wächst und, ähm, da macht man vielleicht auch Videos und das ist der Punkt, über den ich eigentlich auch sprechen wollte, da macht man vielleicht auch Videos, nur um dem Algorithmus zu gefallen, ja, weil man denkt, okay, das könnte gut ankommen, gut viral gehen und deswegen mache ich dieses Video zu diesem Thema und das habe ich in den letzten 8, 9 Monaten, wo ich mir halt vorgenommen habe, jede Woche ein YouTube-Video rauszubringen, sicherlich auch das ein oder andere Mal gemacht und ein Thema aufgegriffen, das irgendwie gar nicht zum Rest des Kanals passt, weil ich mir dachte, ey, dieses Thema ist jetzt gerade irgendwie angesagt und deswegen möchte ich ein Video darüber machen und ich hoffe, dass es dann gut funktioniert und Spoiler-Alarm, diese Videos funktionieren gar nicht so gut am Ende des Tages, ja. Und dann hat man irgendwie so das Gefühl, dass man ein Video gemacht hat, was man vielleicht gar nicht jetzt unbedingt so machen wollte, ja, oder das Thema gar nicht so machen wollte und, äh, noch nicht mal dafür dann halt belohnt wurde sozusagen mit Views, mal davon abgesehen, was werden diese Views dann wert, wenn das irgendwie nicht zum Gesamtkonzept des Kanals passt oder sowas und, ja, da bekenne ich mich schuldig, dass ich sowas manchmal gemacht habe und damit ist jetzt aber halt vorbei. Also ich möchte halt nicht mehr Videos machen, um irgendwie dem Algorithmus hinterher zu rennen oder sowas, was halt totaler Quatsch ist, weil am Ende des Tages ist es ja auch so, dass du deinen Kanal so aufbauen sollst, dass du halt die richtigen Leute anziehst, dass du im Endeffekt ja auch dein eigener Algorithmus wirst oder dein Kanal dein eigener Algorithmus wird, ja, dass du halt irgendwie ein Thema hast oder eine bestimmte Zielgruppe ansprichst und sowas und dass die halt deswegen auf deinen Kanal kommen, ja. Deswegen, also, macht es ja keinen Sinn, irgendwie YouTube hinterher zu rennen, sondern man muss es sich halt so aufbauen, dass dann am Ende halt die Leute dann, oder dass dann halt YouTube weiß, welche Leute es zu deinem Kanal schicken kann. Und wenn du dann aber immer wieder irgendwie, ähm, ja, ganz viele unterschiedliche Themen hast und immer von einem einen Thema zum nächsten springst und dann wieder zurück und dann wieder ganz woanders hin, dann weiß YouTube gar nicht, okay, okay, ähm, wen soll ich denn jetzt auf deine Videos schicken, auf deine Videos schicken, auf deinen Kanal schicken. Am Ende limitierst du dich damit selber und ich denke mal, ähm, hätte ich da in den letzten Monaten oder in diesem Jahr da eine klarere Linie gehabt, dann hätte ich jetzt vielleicht auch mehr als diese 200 Abonnenten gewinnen können in der Zeit, sage ich mal, aber auf der anderen Seite ist es auch egal, ja. Hey, ich kann mich nicht beschweren, also plus 200 Abonnenten. Es wäre krass, wenn ich noch die 1.000 Abonnenten in diesem Jahr schaffen würde, aber das, ähm, ja, wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig, weil wir haben ja nur noch September, den halben September, Oktober, November, Dezember, also dreieinhalb Monate und, äh, 300 Abonnenten. Das wäre, ja, echt, echt viel. Und jetzt soll es sich am Ende auch gar nicht nur um Abonnenten die ganze Zeit drehen, obwohl ich das die ganze Zeit irgendwie drüber gesprochen habe, das ist auch irgendwie Quatsch. Natürlich denkt man sich so, oh, okay, ich möchte diese ersten 1.000 irgendwie knacken, aber wenn ihr gerade am Anfang von eurer YouTube-Reise steht, macht euch da nicht verrückt, ja. Ähm, auch ich schaue natürlich zu oft in die, äh, YouTube, äh, hier Statistiken, wie heißt die? YouTube-Studio-App rein, aber macht euch da nicht so wahnsinnig, ja. Ich glaube, jeder muss erstmal seinen Weg finden und das ist etwas, was bei mir vielleicht auch ein bisschen länger dauert als bei anderen. Ich glaube, andere, die starten, oder habe ich das Gefühl, die starten mit YouTube und wissen direkt, wo sie hinwollen, aber wer weiß, vielleicht hatten die vorher auch schon 5 andere Kanäle oder sowas, haben schon andere Sachen ausprobiert, also ich würde mich da nicht zu sehr verrückt machen, was ich sicherlich am Anfang schon ein bisschen getan habe und jetzt, und das ist jetzt der Punkt, wo geht die Reise hin in Zukunft? Die Reise geht dahin, dass ich in Zukunft einfach mehr solche Videos machen möchte, auf die ich wirklich, einfach wirklich Bock habe, ja. Egal, ob ich jetzt denke, dass ich damit viele Views generieren werde oder nicht und da sind halt solche Videos wie das hier, einfache Vlogs, einfache Videos, wo ich euch mitnehme, wo ich euch Einblick gebe, die nicht so krass irgendwie geschnitten sind, die nicht so krass animiert sind, die ein bisschen ruhiger sind vielleicht, wo ich einfach irgendwas erzähle, wo ich euch einfach irgendwie was mitgeben möchte, wo ich Mehrwert liefern möchte, wo ich meine Erfahrungen mit euch teilen möchte und das sind halt die Videos, die ich in Zukunft machen möchte.